Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel und daher auch nicht den entsprechend strengen Kontrollen ausgesetzt, die man sich als Konsument wünschen würde. Das gilt sowohl für die Gesetzeslage in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, aber auch für die Europäische Union und die allermeisten anderen Länder der Welt. Wie das Bundesministerium für Verbraucherschutz betont, sind Nahrungsergänzungsmittel kaum reguliert und kontrolliert. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz listet die Anforderungen an Nahrungsergänzungsmittel auf. Anders als Arzneiprodukte gelten die als Lebensmittel. Und das bedeutet? Nahrungsergänzungsmittel brauchen keinen Vorabnachweis der Wirksamkeit oder Sicherheit. Mengenangaben auf der Verpackung können bis zu 50% von der tatsächlichen Menge abweichen, keine Höchstmengen für Inhaltsstoffe. Das bedeutet, dass Käufer von Nahrungsergänzungsmitteln keinerlei Sicherheit haben, dass die von ihnen gekauften Supplemente überhaupt die auf dem Etikett angegebene Menge an Nährstoffen enthalten. Zudem können sie nicht mal sicher sein, dass das Produkt frei von Schadstoffen und nicht mit Schwermetallen oder Bakterien belastet ist. Wie Analysen von akkreditierten, unabhängigen Laboren leider zeigen, ist es in der Tat so, dass viele am Markt erhältlichen Nahrungsergänzungsmittel große Probleme in ihrer Qualitätskontrolle aufweisen und Konsumenten nicht nur nicht helfen, sondern ihnen auch in einigen Fällen sogar schaden können. Nahrungsergänzungsmittel können ein gut erforschter und wirksamer Weg sein, um Nährstoffengpässe auszugleichen, allerdings weist ein erheblicher Teil der am Markt befindlichen Produkte starke Qualitätsmängel auf. Eines der Probleme ist beispielsweise, dass Produkte entweder die jeweils ausgelobten Nährstoffe am Etikett entweder gar nicht enthalten oder zumindest deutlich weniger oder in manchen Fällen auch deutlich mehr als angegeben. So zeigte sich in einer Untersuchung an sechs Vitamin-B9-Präparaten aus Slowenien beispielsweise, dass eines überhaupt keinen Wirkstoff enthielt, wohingegen ein anderes sogar fast die dreifache Menge das auf der Packung ausgelobten Werts beinhaltete. In einer Analyse eines deutschen Aminosäure-Präparats zeigten wiederholte Laboranalysen außerdem, dass von den acht auf der Packung ausgelobten essentiellen Aminosäuren zwei gar nicht enthalten waren, nämlich die Aminosäure Methionin und Tryptophan, aber dafür eine andere Aminosäure, nämlich Histidin, die gar nicht auf dem Etikett zu finden war, in dem Produkt enthalten war. In einer weiteren Analyse an 32 Fischölen aus Neuseeland enthielten nur drei der 32 Öle den auf der Packung ausgelobten EPA und DHA-Gehalt und mehr als zwei Drittel der Öle enthielten weniger als zwei Drittel des ausgelobten Werts an EPA und DHA. In einer Untersuchung an 24 Vitamin-D-Präparaten aus Slowenien lag zwar der Großteil im Normbereich, allerdings gab es auch hier ein Produkt, das nur etwa ein Drittel des ausgelobten Wirkstoffs enthielt und ein anderes mehr als doppelt so viel Vitamin-D wie auf der Packung angegeben war. In einer weiteren Untersuchung des Vitamin-K2-Gehalts von 233 Multinährstoffen aus unterschiedlichen Ländern zeigt es sich, dass nur 16% der getesteten Multinährstoffe die auf der Packung ausgelobte Menge an Vitamin-K2 enthielt. Der Großteil der Produkte enthielt deutlich weniger Vitamin-K2 und mehr als ein Viertel der getesteten Multinährstoffe enthielt sogar nur etwa ein Viertel des auf dem Etiketts angegebenen Werts an Vitamin-K2. Derartige Schwankungen in der Dosishöhe haben auch von uns in Auftrag gegebene Analysen diverser deutscher Produkte von teils namhaften Herstellern gezeigt. So zeigte beispielsweise der Laborbericht eines hierzulande erhältlichen Multinährstoffs einer der größten und bekanntesten Supplementmarken, dass dieser nur etwa 2% des am Etikett ausgewiesenen Gehalts an Vitamin-A enthält und nur etwa die Hälfte der ausgelobten Menge an Selen, an Vitamin-D3 und Vitamin-K2. Darüber hinaus überschritt die Menge an enthaltenem Arsen im Multinährstoff die empfohlenen Grenzwerte für dieses Schwermetall bei weitem. In einem Proteinpulver dieses Herstellers wurden sogar Salmonellen gefunden. Im Gegensatz zu einem anderen Hersteller namens MyProtein, dessen Proteinpulver in der Vergangenheit ebenfalls mit Salmonellen belastet war und der daraufhin auch diese Proteinpulver offiziell zurückrief, sich diesen Fehler eingestand und daraus auch kein Geheimnis machte, rief dieses Unternehmen trotz der Kenntnis über die Salmonellenbelastung deren Proteinpulver nicht zurück und machte die Qualitätsmängel durch die bakterielle Belastung auch nicht öffentlich. Und obwohl dieser Vorfall auch den Behörden gemeldet wurde, gab es bisher keine entsprechenden Konsequenzen. Auch eine weitere von uns in Auftrag gegeben Analyse zeigte, dass ein weiterer Multinährstoff aus Deutschland, der mit Premium Qualität und regelmäßigen Laboranalysen wirbt und mit knapp 80 Euro auch sehr hochpreisig ist, dass er eine Reihe an Qualitätsproblemen aufweist. So zeigte sich beispielsweise, dass anstatt des ausgewiesenen teuren Vitamin D3s überwiegend das günstigere Vitamin D2 verwendet wurde und auch die Gehalte an Vitamin E, B12, K1, Bantothensäure, Biotin und Chrom außerhalb der Toleranzgrenze lagen, da diese zum Teil weniger als halb so hoch dosiert waren wie ausgelobt und teilweise um ein Vielfaches höher, als es auf dem Etikett ausgewiesen wurde. Ist ein Produkt stark unterdosiert, ist es lediglich wirkungslos, aber wenn es sehr stark überdosiert ist, kann es den Anwendern auch akuten schwerwiegenden Schaden zufügen. Das geschah beispielsweise bei den Vitamin D-Produkten eines deutschen Unternehmens, die 10 bis 20 Mal mehr Vitamin D enthielten, als es auf dem Etikett ausgewiesen wurde, was unter anderem dazu führte, dass einer der markeneigenen Influencer, der das Produkt ebenfalls verwendete, wegen akutem Nierenversagen ins Krankenhaus eingewiesen werden musste. Neben Vitamin- und Mineralstoffpräparaten gibt es vor allem am Omega-3-Markt starke Qualitätsprobleme. Mit Omega-3-Fettsäuren werden aktuell weltweit fast 3 Milliarden Euro umgesetzt und bis 2030 sollen es sogar knapp 4,5 Milliarden Euro sein. Kein Wunder also, dass sich viele Unternehmen dafür interessieren, Omega-3-Öle zu verkaufen, aber leider wird auch hier nicht ausreichend auf die Einhaltung der Qualitätsstandards geachtet. So zeigt es sich in einer Analyse an 44 Fischölen aus unterschiedlichen Ländern, dass mehr als ein Viertel die Totox-Oxidations- Grenzwerte überschritten und somit 30 waren. Und auch in einer weiteren Analyse von 171 Omega-3-Ölen aus Amerika war es mehr als die Hälfte der getesteten Öle, die die Oxidations-Grenzwerte überschritten. Auch in einer weiteren Studie mit Fischölen aus Neuseeland überschritten über 50% die Totox-Oxidations-Grenzwerte und waren damit verdorben. Dieses ernüchternde Bild vom internationalen Omega-3-Markt bestätigte sich leider auch bei den von uns auf eigene Kosten in Auftrag gegebenen Labortests von 15 Algenölen deutscher Unternehmen. Die zeigten, dass Qualitätsprobleme leider nicht nur bei Fischölen, sondern auch bei veganen Algenölen bestehen. Wir haben diese 15 Algenöle zu unabhängigen, akkreditierten Laboren geschickt und fünf dieser Produkte fielen komplett durch und überschritten die Oxidations-Grenzwerte teilweise um mehrere hundert Prozent. Bevor wir die Produkte ins Labor geschickt haben, haben wir auch mit einigen der Unternehmen über die Qualität ihrer Produkte geschrieben und gefragt, ob sie ihre Algenöle denn ausreichend gut kontrollieren und somit eine gute Qualität gewährleisten können. Im Chat auf der Unternehmens-Webseite antwortete uns der Kundensupport eines dieser Unternehmens mit sehr viel Selbstsicherheit, dass der Oxidationswert ihres Algenöls bei maximal 13 liegt, was ein sehr guter Wert wäre, denn der Grenzwert beträgt hier laut der GOED 26. Obwohl das Unternehmen dieses Testergebnis nicht auf deren Webseite öffentlich zeigte und uns auch nicht vorlegen wollte, wurde uns versichert, dass der Wert nicht über 13 liegt. Die Analyse des unabhängigen, akkreditierten Labors, das wir in Auftrag gegeben haben, zeigte allerdings, dass das Algenöl dieser Marke einen Oxidationswert in Höhe von über 73 aufwies. Das führt nicht nur dazu, dass das Produkt nicht mehr die gewünschte Wirksamkeit aufweist, sondern führt auch dazu, dass eine langfristige Einnahme derartiger Produkte auch gesundheitlich potenziell abträglich wirken kann, obwohl es zur tatsächlichen Schädlichkeit noch viele offene Fragen gibt. Ein anderes der getesteten Unternehmen schreibt auf deren Webseite, dass ihr Oxidationswert bei maximal 5 liegt. Die unabhängige Analyse des akkreditierten Labors zeigte allerdings einen Oxidationswert in Höhe von über 71. Ein weiterer deutscher Produzent wirbt mit der Frische seines Algenöls, welche laut eigener Aussage durch Labortest belegt sei und garantiert, dass der Oxidationswert unter 10 liegt. Zum einen fanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Laboranalyse auf der Unternehmensseite und zum anderen zeigte die von uns veranlasste Laboranalyse, dass der Oxidationswert über 45 und nicht wie auf der Unternehmenswebseite angekündigt unter 10 liegt. Aufgrund dieser erschütternden Laborergebnisse, die berechtigterweise auch für Aufsehen unserer Community gesorgt haben, haben sich viele Leute dazu entschieden, diverse Unternehmen zu kontaktieren, von denen sie in der Vergangenheit Nahrungsergänzungsmittel bezogen haben. Und die Antworten der Unternehmen zeigten leider erneut, dass auch hierzulande Marken nicht nur keine ausreichenden Qualitätskontrollen durchführen, sondern auch anscheinend zumindest in einigen Fällen kein Problem damit haben, deren Kunden anzulügen. So heißt es von Seiten einiger Unternehmen, dass sie deren angeblich vorhandenen guten Laboranalysen der Endprodukte nicht veröffentlichen könnten, da diese sensible Daten enthalten würden, die unter das Herstellergeheimnis fallen würden. Ein weiteres Unternehmen begründet deren Intransparenz mit vermeintlichen Wettbewerbsgründen. Ein Unternehmen begründet das Nichtveröffentlichen von Analysen mit angeblichen strategischen Gründen und ein anderes Unternehmen spricht von Sicherheits- und Datenschutzgründen, warum sie ihre Analysen nicht veröffentlicht. Andere Unternehmen geben als Begründung einfach an, dass sie aus Prinzip keine Laboranalysen an ihre Kunden herausgeben und halten es für zu aufwendig, diese Analysen regelmäßig auf die Webseite zu stellen. Alle diese Aussagen deuten darauf hin, dass diese Unternehmen keinerlei eigene Analysen ihres fertigen Produktes machen, weil auf diesen Analysen lediglich das zu sehen ist, was auch bereits am Etikett des Produktes für jeden Kunden ersichtlich ist. Nämlich welche Nährstoffe in welcher Menge enthalten sind und das ist ja kein Firmengeheimnis. Unternehmen, die von sensiblen Daten, Wettbewerbsgründen oder Datenschutzgründen sprechen, haben in aller Regel nur jene Analysen, die sie von den Rohstofflieferanten erhalten und diese sind ungenügend, weil sie weder zeigen, dass das fertige Endprodukt frei von Schadstoffen ist und auch nicht zeigen, dass die Nährstoffdosierungen im Endprodukt eingehalten werden. Ein Unternehmen postete sogar großspurig auf deren Instagram-Account, dass sie zukünftig sogar noch weniger Analysen machen werden, da ihnen die Kosten hierfür zu hoch sind, da beispielsweise die Laboranalyse eines Multinährstoffs über 1000 Euro koste. Um diese Aussage ins Verhältnis zu setzen, Unternehmen in der Größe dieser Marke setzen jährlich viele Millionen Euro um und investieren große Marketingbudgets zur Bewerbung ihrer Nahrungsergänzungsmittel, die deutlich mehr kosten als eine konsequente Testung aller Chargen ihrer Produkte es tun würde. Aber anstatt im Sinne der Konsumentensicherheit zu testen, schreiben sie ganz offen und ungeniert, dass sie lieber an den Laborkosten sparen, weil in der Vergangenheit ja angeblich alles immer einwandfrei gepasst habe und sie wollen zukünftig, wie gesagt, sogar noch weniger Analysen machen. Der Kunde muss ihnen also einfach mal glauben. Auch ein anderes Unternehmen, das keine Laboranalysen auf deren Webseite zum Nährstoffgehalt ausweist, schreibt auf Anfrage, dass man als Kunde ja wohl einfach auf deren Qualität vertrauen solle. Wie die erwähnten Beispiele im heutigen Video glaube ich deutlich gezeigt haben, sollte man und kann man Unternehmen nicht einfach blind vertrauen. Vertrauen ist zwar grundsätzlich gut, aber Kontrolle ist in diesem Fall doch besser. Aufgrund derartiger Qualitätsprobleme ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Nahrungsergänzungsmittel in vielen Fällen nicht die zu erwartende Wirkung haben und ich bekomme immer wieder Nachrichten aus der Community, dass Personen über längere Zeiträume hinweg teils sogar relativ hohe Dosen an Supplementen einnehmen, aber ihre Bluttests trotzdem keine Verbesserung der Werte zeigen. Das liegt aber nicht daran, dass Supplemente per se wirkungslos sind, sondern daran, dass viele der am Markt befindlichen Produkte schlichtweg so schlecht sind, dass sie aufgrund ihrer mangelnden Qualität nur eingeschränkt wirksam und zum Teil sogar schädlich sind. Wie das Beispiel des 80 Euro teuren Premium Supplements außerdem zeigte, ist auch der Preis kein Indikator für wirklich gute Qualität. Wenn man als Kunde auf Nummer sicher gehen möchte, dass man ein qualitativ rund um hochwertiges, wirksames und sicheres Nahrungsergänzungsmittel erhält, ist die einzige Möglichkeit, um das wirklich wissen zu können, Supplemente lediglich von Unternehmen zu kaufen, die ihre Produkte von akkreditierten, unabhängigen deutschen Laboren auf drei wichtige Parameter testen lassen. Zum einen auf den Nährstoffgehalt, damit man als Konsument auch weiß, dass man tatsächlich das im Produkt bekommt, was auf dem Etikett versprochen wird. Zum anderen müssen noch zwei Kategorien an Schadstoffen getestet werden, und zwar die Gruppe der Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber und Arsen sowie die Mikrobiologieanalyse, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Hefen, Pilze, Bakterien und weitere Schadstoffe enthalten sind. Ich denke, das sind Nahrungsergänzungsmittelhersteller ihren Kunden als Mindestmaß an Qualität schuldig und es sollte nicht zu viel verlangt sein, dass bei den Millionen Umsätzen, die in dieser Branche erwirtschaftet werden, auch nur ein kleiner Teil des Umsatzes in derartige Laboranalysen fließt. Leider habe ich auch hier noch eine schlechte weitere Nachricht, denn selbst wenn ein Unternehmen Laboranalysen bereitstellt, muss man als Kunde ganz genau hinsehen, um sicherzustellen, dass man nicht erneut auf eine Täuschung reinfällt, da einige Unternehmen veraltete oder gar falsche Analysen auf ihren Webseiten veröffentlichen. So veröffentlichte beispielsweise ein Unternehmen eine Laboranalyse, deren Vitamin D3 und K2 Tropfen aus Dezember 2021 für Produkte, die aktuell noch verkauft werden. Da derartige Tropfen eine MHD von maximal zwei Jahren aufweisen, wird ersichtlich, dass das Unternehmen entweder eine veraltete Laboranalyse verwendet oder abgelaufene Produkte verkauft. Dasselbe Unternehmen hat übrigens auf manchen Produktseiten Vorschaubilder von Laboranalysen eines renommierten deutschen Labors, aber wenn man auf die Analyse draufklickt, dann kommt man lediglich zu einer Analyse eines polnischen Labors. Man fragt sich, ob hier wirklich nur ein Versehen geschehen ist oder ob hier bewusst beim Vorschaubild manipuliert wurde, weil man dachte, dass die meisten Kunden die Analyse vielleicht ohnehin nicht öffnen und nicht im Detail lesen werden. Was soll man nun als Kunde tun, um Unternehmen dazu zu animieren, ihre Qualitätsstandards zu verbessern? Ganz einfach, schreibt die Unternehmen an und verlangt aktuelle Nährstoff- und Schadstoffanalysen von akkreditierten inländischen Laboren und gebt euch nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden zufrieden. Der Kunde hat mit seiner Kaufkraft die Entscheidung in der Hand und wenn Unternehmen merken, dass Kunden streng getestete Produkte verlangen, werden sie diese auch anbieten, weil sie ansonsten zukünftig schlichtweg vom Markt verschwinden werden, wenn ein Großteil der Kundschaft nicht mehr bereit ist, unkontrollierte Produkte zu kaufen. Es gibt hierzulande bereits eine Handvoll Marken, die zumindest einen Teil ihrer Produkte auf ihren Nährstoff- und Schadstoffgehalt testen und damit sind zumindest Teile ihrer Sortimente von gewissen Unternehmen empfehlenswert. Ivo gibt bei deren Supplementen mit Vitamin D3, K2, Calcium und Magnesium den Nährstoff- und Schadstoffgehalt an, aber gibt zum Beispiel bei deren Multinährstoff und anderen Produkten keine Analyse zum Nährstoffgehalt an. Manche Supplementhersteller wie Norsan und ESM veröffentlichen zumindest Schadstoffanalysen, aber zumeist keine Nährstoffanalysen des fertigen Produkts. Die Omega-3-Marke Norsan weist bei deren Algenöl zwar zumindest die Analyse des Rohstoffs aus, aber hat keine Laborergebnisse des finalen Produkts auf deren Produktseite, anhand dessen man sehen könnte, ob das Endprodukt nicht zu stark oxidiert ist. Allerdings versicherte uns gegenüber Norsan, dass sie stichprobenartig Oxidationsanalysen ihrer Endprodukte vornehmen und da Norsan neben What's Nutrition das einzige Unternehmen war, dass bei unseren eigenen Trotox-Analysen sowohl mit deren Kapselprodukt als auch mit deren offenen Ölen durchwegs bestanden, wird deren ausgezeichnete Qualität auch hierdurch unterstrichen. Aus diesem Grund gehört Norsan auch zu jenen Unternehmen, die ich empfehle und mit dem hier eingeblendeten Affiliate-Rabattcodes können Personen bei ihrer Bestellung, wenn sie möchten, nicht nur bei der Norsan-Bestellung sparen, sondern durch unsere Provision, die wir dann erhalten, auch zukünftige unabhängige Laboranalysen von unserer Seite aus finanzieren und generell unsere kostenfrei zur Verfügung stehende Arbeit auf Social Media unterstützen. Bis vor kurzem gab es im gesamten Dachraum meiner Kenntnis nach mit What's Nutrition nur ein einziges Unternehmen, das als Vollsortimenter konsequent jede einzelne Charge von jedem einzelnen Produkt auf deren gesamten Nährstoff- und Schadstoffgehalt testete, aber kürzlich wurde ich von einem weiteren Unternehmen kontaktiert, das mir versicherte, dass sie ebenfalls jede Charge jedes Produkt auf Schadstoffe und auch Nährstoffgehalte testen lassen und sie haben mir auch sämtliche Analysen aller Produkte zugeschickt. Daher zählten eben What's Nutrition auch Vautamins zu jenen Unternehmen, die ich aufgrund ihrer konsequenten Laboranalysen aller Produkte empfehlen kann. Wenn man sich für die Nährstoff-Gummis von Vautamins interessiert und diese testen und bestellen möchte, kann man das gerne mit dem hier eingeblendeten Rabattcode machen und erhält dadurch, ebenso wie bei Norsan, nicht nur eine Vergünstigung auf die Bestellung bei Vautamins, sondern unterstützt durch die Affiliate-Provision, die ich durch Einlösung des Codes von Vautamin erhalte, auch meine kostenfrei zugängliche Arbeit auf Social Media sowie die Laboranalysen, die wir regelmäßig bei unabhängigen, akkreditierten Laboren machen. Das einzige mir bekannte Supplement-Unternehmen, das, wie gesagt, als Vollsortimenter sämtliche wichtige Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen von pflanzenbetonten Ernährungsweisen hat, von Multinährstoffen über Omega-Fettsäuren hin zu Karninutrients, Proteinpulver und vieles weitere und dabei konsequent jede Charge von jedem Produkt auf den Nährstoff- und den Schadstoffgehalt testet und auch auf jeder Produktseite diese Laboranalysen frei zugänglich macht, ist What's Nutrition. Sämtliche Rezepturen von What's Nutrition und zwar von jedem Produkt stammen dabei von mir und so kann ich sicherstellen, dass nicht nur die Produkte gut kontrolliert sind, sondern eben auch die Zusammenstellung sinnvoll und evidenzbasiert ist. Auch für Watson gibt es einen Affiliate-Rabattcode, mit dem man sparen und gleichzeitig meine Arbeit unterstützen kann. Und zwar der pro Person einmalig gültige Rabattcode NICO10, mit dem man auf eine beliebige Bestellung, diese muss nicht die erste Bestellung als Neukunde sein, sondern kann eine frei gewählte Bestellung sein, 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung erhält. Mit dem Rabattcode NICO erhält man dauerhaft bei jeder Bestellung auf jedes Produkt 5% Rabatt auf die Artikel und man kann die Rabattcodes auch beide mit den Mengenrabatten kombinieren, wenn man eben mehr von einem Produkt bestellt und somit kann man dann auch noch mehr sparen. Sollte es zukünftig noch weitere Unternehmen geben, die ebenso konsequent wie Watson, Watermin's und andere Unternehmen arbeiten und deren Sortiment auf alle Nährstoffe und auch auf alle Schadstoffe testen, dann werde ich die selbstverständlich auch in zukünftigen Videos vorstellen und hoffe, dass bald noch mehr Unternehmen im Sinne der Kundensicherheit darauf Wert legen, ihre Produkte ebenso umfangreich auf den Nährstoff- und Schadstoffgehalt zu überprüfen. Weiterführende Informationen zu den Qualitätskriterien hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel gibt es im hier eingeblendeten und in der Videobeschreibung verlinkten YouTube-Video und im hier eingeblendeten und ebenfalls in der YouTube-Beschreibung verlinkten Video spreche ich zusammen mit Prof. Dr. Martins Mollich darüber, warum es bei hochdosierten Vitamin B12-Präparaten auf Dauer zu abträglichen Effekten kommen kann und in welcher Höhe man Vitamin B12 supplementieren sollte. Das war's für dieses Video und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.